Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. So, wir waren in diesem wunderschönen Raum hier stehen geblieben. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist uns ein wenig Platz verschaffen. Klack. Brauche ich da nochmal eine für? Ja. So. Viel besser. Komm schon. So. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch so alles anstellen können. So einen wunderschönen magnetischen Ball. Klick. Peng. Ja, ähm. Hauptsache, ein Auge leuchtet fürs Erste. Hätte man auch vielleicht ein bisschen besser machen können. Na, egal. Ja, komm schon. Natürlich nicht. Warum musste ich den scheiß Magnetknopf auch gedrückt halten? Komm schon. Danke. Komm schon. Komm schon doppelt. Puhi. So, damit du nicht mehr auf beiden Augen blind bist. Du arme Sau. Dafür schenkst du mir jetzt fünf Missiles und dann sind wir alle glücklich. Und er schenkt mir sogar noch den Weg dahin. Nice. Ich möge... Danke. Möchte jetzt hoch. Ja. Missile Container halten. Danke sehr. Fehlen noch zehn. Zehn. Ähm... Wumpf, falscher Knopf. Portal. Right here. Ich gucke einfach mal spaßeshalber rein. Ich weiß nicht, ob das das Portal war, was hier schon in einem von diesen Räumen hier gab's, glaube ich, auch. Eine. Ein Irgendings hier. Ah, nein, es war... Nein, nein, scheiße. Nein, es war der andere. Egal. Gucken wir uns mal oben. Hier unten auch nicht. Bäh. Das ist ja oberflächlich. Hier sieht ja richtig eklig aus mit dem Echo. Gut. Dann nicht. Ciao. Bitches. Schön. Dann, äh... Hey, warte mal. Ah, super. Du bist so toll und machst mir noch Schaden, du blödes Ding. Das ist natürlich sehr sexy. Komme ich denn da jetzt hoch? Bäh. Ah, klasse. Das funktioniert. Eppela. Wow, 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 wow. Chill deine Basis, man. Ey. Oh Gott. Oh Gott. So. Pumpenrätsel. Dass ich die Technik cool finde, habe ich erwähnt, oder? Ja. Ich meine schon. Aha. Ah. Und jetzt. Aha. Danke. Klick. Ach so, ich bin da. Warum auch immer ich das nicht... Von da aus machen könnte. Na, leck mich doch alle. Hüpf. 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 Und stimmt, so viele Tanks... Nach dem ganzen... Shit hier... Ups. So viele Tanks werden es dann auch nicht in unserem Schnibbel-Part. Gut. Und Feuer. Ach ja. Sonic, boom, your ass. Ach, scheiße. Und der Raptor, wenn ich doch einfach... Bam. Tju, tju, tju. 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 Tju, tju, tju. Das ist es echt. Ja. Bitch, please. So, und der Kollege hier. Ja, erster Kader. Schön. Krallen wir uns das Portal. Wo ist das Portal? Falscher Knopf. Ist da ein Portal? Ist das oben? Habe ich das jetzt verplant? Ja. Ja, hab ich. Dann go. Dunkler Grätschler. Hallo. Ja, ja. Brenn doch in der Scheißhölle, aus der du gekommen bist. Dieser Hölle, dieser Hölle, die sich Sumpf nennt. Bleh. So. Und, weil wir ja jetzt schwimmen können. Oh, du bist neu. Hey, das war eine Wächterdrohne und jetzt haben wir Mekanoiden auf 100%. Und den Einer Eiter auch. Individuen nicht alle. Morphologie, Wächterdrohne, abtrünniger Wachmekanoid. Unzerstörbar. Aber mit hellem Licht zu irritieren. Objekt lässt sich vertreiben, indem es Licht ausgesetzt wird. Oh, cool. Oh Gott. Licht. Oh Gott. Oh Gott. Schlaf mir woanders weiter. Und da werde ich wieder wach. Oh Gott. Oh Gott. Ja, dann. Dann sollte ich lieber abhauen. Nee. Nee. Abtrünnigkeit in allen Ehren. Aber doch nicht, wenn die mich aufwecken. Bäh, ist das eklig. Nee. Nee, 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 nee. Dann. Nee. Also wenn du mich wach machst, dann quittier ich meinen Wachdienst an diesem Schlüssel und verpiss mich einfach. Nee. Das geht gar nicht. Ich mach kein Licht. Nee. Nee. Ich krieg nicht mal Schaden mit dem Kerl. Wie schön rot das hier aussieht unter Wasser. Hey Kollege, aufstehen. Hör. Nee. Schon wieder Licht? Oh Gott. Ich kündige. Das ganze Spiel konnte ich hier rumpennen. Und dann kommt die Olle einmal und kommt auf die Idee, das scheiß Licht in meinem verdammten Schlafzimmer anzumachen. Nee. 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 Das will doch keiner. Nee. So. Genug gealbert. Ähm. Hier gab es nichts mehr für mich. Gehen wir da einfach wieder nach Hause. In beiden war das so. Ich guck einfach Spaß. Das habe ich nochmal. Jo. In beiden war ich. In dem war ich nicht. Aber das war der, ähm, sag schnell, da habe ich doch meinen, hier meinen Grapple bekommen. Ja. Ja, da habe ich den Grapple bekommen. Das ist auch nichts Tolles mehr. Gut. Gut, 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 gut. Äh, dann gehen wir jetzt hier lang. Hauen hier ab. Weil ich Torvus nicht mag. Und wenn ich was vergessen habe, dann werde ich das wohl im, äh, war ich da? Äh, warte mal. Äh, ne, 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 ne. Keinen Bock jetzt da hochzulatschen. Nee. Nee, 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 nee. Wenn ich was vergessen habe, dann werde ich es im, äh, Backtracking, Ultra-Backtracking-Schnibbel-Part... ...machen. Und das war's dann. Ja. So, dann gehen wir jetzt zur geheiligten Festung. Da gibt's die, also da, da gibt's dann wirklich viel zu holen. So, Moment mal eben, wie? Ach, schade. Oh, ähm. Hi. Kleine finstere Blocklings. Dunkler Block. Damit haben wir dann auch 100% der Finsterlinge gescannt. Sehr schön. Von Finsterling besessener, unter Wasser, Räuber, symbiotischer Partner ist nicht im Stande, Schallwellenattacken der Kreatur zu nutzen. Schwachstelle im Maul bietet Ziel für Angriffe. Nice. Wow. Bam. Ernsthaft ein aufgeladener Charge Beam reicht. Ey, du Schmock. Nice. Why not? Why not? Okay. Jene Statue, Standbild verfügt über Antriebseinheit, ist derzeit aber außer Betrieb. Bombenmodule im Standbild, ermittelt Bombenmodule. Muss man Energie vorsorgern und das Antriebsein? Ja. Ja, das, äh. So dachte ich. Peng. Warum auch immer. Der Bug sah gerade lustig aus. Warum auch immer ich hier so rummurmeln kann, wie ich Bock habe. Okay. Schop, schop, schop. Oh, nice. Wenn es den noch gratis gibt, nehme ich den natürlich auch gern mit. Kleck, kleck. Was ist denn hier noch los? Was ist denn hier noch los? Komponente gehört zu einem Wasserreinigungssystem. Filtermodul der Einheit hätte bereits vor langer Zeit ausgewechselt werden müssen. Automatischer Betrieb initiiert. Oh ja. Hey, Block. Hey, fuck you. Fuck you. The fuck you. Fuck you. Komm mal her, Mann. Jod. Spast. Nix. Nix für mich? Mensch. Das. Was ist das? Das ist. Bisschen. Bisschen eklig. Aber sonst nicht. Äh. Hey. Hey. Einfach nö. Unser gratis. Gratis-Container gab's ja schon. Transportsystem einsatzbereit. Danke. Und Feuer. So, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Hier fühle ich mich sehr viel wohler. So, jetzt muss ich mal gerade mal. Tresor. Hier gibt's natürlich jetzt echt viel zu holen. Gucken, wo ich überhaupt anfange. Und einfach nur, was Spaß macht. Die kleinen Mist, wie hier durch die Gegend zujagen. So. All dieweil. Hier. Haben wir jetzt. Wir haben hier ja Sachen, wie die Screw-Attack und sowas, einfach direkt bekommen. Aber. Aber du bist scheiße. Ach, du bist so scheiße. Kann ich dich mit dem Sonic Boom 1 hiten? Ist der stärker als die? Juppe, er ist stärker als die Super-Missile. Will ich ihm auch geraten haben. Da er ja ein wenig Munition verbraucht. Nur so ein bisschen. Hm, na. Verrück dich. So. Mistviecher. Ah, doppel Mistviech. So, in dem Raum hatten wir alles. Und jetzt kann ich endlich mal wenig. So, komm schon. Diese Lichtsäulen, die haben mich so, so oft gestört. Und ich habe sie sehr oft für euch bemerkt. Und jetzt können wir sie endlich benutzen. Ich wollte ja vorher irgendwie nicht spoilern. Aber ich glaube, nach dem Lichtsystem war es ganz einfach klar. Just in case, dass ihr das Spiel wirklich nicht kennt. Obwohl es ja schon echt alt ist. Also nicht so alt. Ich meine, komm, es ist 3D. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche gerade in Gedanken zu zählen, wie viele von diesen Lichtstrahlen es gibt. Naja, zumindest ein paar. Naja. Werde ich jetzt auch nochmal vor die Tür gehen. Naja. Lass mich da alle in Ruhe. Wee. Checker. Hey, sweet. Das hat ja richtig gut geklappt. Okay. Ähm. Yep, hier. Vor die Tür gehen, sagte ich. Und... Mich dann wieder mit einem Geschützturm selbst töten. Da hab ich richtig Lust drauf. So. Klick. Und, äh... Ach hier, richtig. Hier sollte auch in der Schattenwelt... Weil, äh... Der Herr... Halter der Schlüssel... Hier rumgammelt. Sollte hier in der Schattenwelt auch etwas zu holen sein. Nur... Klick. Oh nein. Hier waren wir schon. Ach stimmt. Das war ja der einzige... Lichtstrahl, der nicht wehtut. Der in dieser scheiß... Schattenwelt ist. Oh, ups. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen... Früher... Klick. Klick. Hier. Fun. Oh, bitch. Klick. Fick die... Fick die Hände. So. Eher gut, das, äh... Zugegeben, das, äh... War jetzt doof von mir. Ich weiß, wir haben ein bisschen Überlänge, aber... Dies macht nirgends. Dies macht nirgends. Denn das ist sowieso der letzte Part in dieser Aufnahme-Session. Keine Sorge. Nur in dieser... Nur in dieser Session. Deswegen gehe ich jetzt... Deswegen gehe ich jetzt... Einfach nochmal schnell... Für eine Sprecherstation. Hm. Ich wollte eigentlich... Ach, fick dich. Ta-ta, 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 ta-ta. So geht das. So. Denn wie wir alle wissen, verhindern Speicherstationen... Böses Erwachen... Nach dem Wiedereinschalten der Konsole. Just in case, dass man nur Spiele mit Autosave gewöhnt ist. Wie sie ja in der neuesten PC-Generation nur noch vorkommen. Schön. Eigentlich richtig was geschafft. So, also. Wir werden es... Moment. Was sagt der Fortschritt? 92% der Scans gefunden. Items 88. So, also. Heil dir, Black Link. Wir werden es hier sein lassen. Sehen uns. Hoffe ich doch morgen wieder. Obwohl, nein. Mittlerweile sollten wir in den Veröffentlichungen einen kleinen anderen Weg eingeschlagen haben, glaub ich. Ich wollte da noch ein Konzept ersinnen. Falls ihr das hört, ist das Nonsens, weil ich das Konzept ja dann schon ersonnen habe. Egal. Ich hoffe, unsere anderen Projekte machen euch genauso viel Spaß wie das hier, weil ihr habt es ja bis zum Ende geguckt. Das heißt, ihr müsst liken, abonnieren und kommentieren. Das wäre sehr, sehr toll. Zeigt diese Videos doch bitte all euren Freunden oder Leuten, denen ihr auf der Straße begegnet. Und die schreit ihr dann an. Hey, du musst das gucken! Warte, was? Wieso? Da, YouTube! Und sie werden sagen, okay. Weil ITC ist gut. Das ist das... Ist das legitim? Klingt das irgendwie logisch? Okay. Egal. Das ist eure Hausaufgabe für den nächsten... Für morgen. Denks. Ich... Ja? So, komm. Wir kriegen das jetzt hin. Wir sind auf dem Weg zu 200 Abonnenten. Da hätte ich dann doch schon gerne Lust drauf. Also, also. Bis zum nächsten Mal. Blank out!